Hallo und herzlich willkommen zum Theorie-Video der Videoreihe über den Hauptsatz der Differenzial- und Integralrechnung. In diesem Video werden wir den Hauptsatz, der eine effiziente Methode zur Berechnung von bestimmten Integralen darstellt, erklären und anschließend noch einen Blick auf die Substitutionsregel und die partielle Integration für bestimmte Integrale werfen. Das Ziel dieses Videos ist klar. Wir möchten die Berechnung von bestimmten Integralen erleichtern. Denn bis dato sind wir nur in der Lage, bestimmte Integrale über Treppenfunktionen zu bestimmen. Um den Wert eines solchen bestimmten Integrals also zu ermitteln, müssen wir die Ober- und Untersumme dieses Integrals bestimmen und das ist aufwendig. Um diese Berechnung zu erleichtern, gehen wir wie folgt vor. Wir nehmen uns auf dem Intervall a, b eine Riemann-integrierbare Funktion f und betrachten dazu die Funktion F auch vom Intervall a, b nach R, die sich eine Zahl x aus dem Intervall schnappt und abbildet auf das bestimmte Integral von a bis x, f von t dt. Die Funktion F nimmt sich also eine Zahl x aus dem Intervall a, b und weist ihm den Flächeninhalt zwischen dem Graphen der Funktion f und der x-Achse zu auf dem Intervall a bis x. Aber die wichtige Frage, die sich uns jetzt stellt, ist die folgende. Nämlich, wie hängen F und f zusammen? Und diese Frage beantwortet der erste Teil des Hauptsatzes der Differential- und Integralrechnung. Hauptsatz Teil 1 Sei f von einem Intervall i nach R stetig, a aus dem Intervall i und f definiert wie oben. Dann ist F differenzierbar und F' ist gleich f. Das heißt, es ist eine Stammfunktion von f. Das ist an sich schon mal ziemlich interessant. Das heißt, wir wissen jetzt, dass die Fläche zwischen dem Graphen von f und der x-Achse irgendwas mit einer Stammfunktion von f zu tun hat. Wir wissen jetzt noch nicht genau, wie diese Stammfunktion aussieht, aber wir sind schon mal näher an der Wahrheit dran. Eine Frage, die sich jetzt zunächst stellt, ist, kann man mit dieser einen Stammfunktion immer nur das Integral von einem Startwert a aus berechnen bis x oder kann man auch andere bestimmte Integrale berechnen? Das Erste, was wir also versuchen wollen, ist, das bestimmte Integral von c bis d f von t dt mittels Groß-F von x, also dem bestimmten Integral von a bis x f von t dt zu bestimmen. Und wir nutzen dabei folgende Idee, nämlich wissen wir, dass das Integral von a bis b f von t dt plus das Integral von b bis c f von t dt das gleiche ist wie das Integral von a bis c f von t dt. Wenn wir nämlich jetzt die Differenz Groß-F von d minus Groß-F von c bilden, ist das gerade das Integral von a bis d f von t dt minus das Integral von a bis c f von t dt und nach dieser Gleichheit hier oben ist das nichts anderes als das Integral von c bis d f von t dt. Das heißt, unabhängig von der Wahl von a können wir jedes bestimmte Integral innerhalb des Intervalls i berechnen. Allerdings wissen wir immer noch nicht, um welche spezielle Stammfunktion Groß-F es sich genau handelt oder ob das überhaupt wichtig ist, welche Stammfunktion von klein f wir nehmen. Wir erinnern uns nämlich an folgendes. Wenn wir zwei verschiedene Stammfunktionen von einer Funktion klein f haben, wissen wir, dass es eine reelle Zahl Alpha gibt, sodass die Differenz Groß-F1 minus Groß-F2 gleich einer Konstanten, nämlich diesem Alpha ist. Das heißt aber auch, dass die Differenz einer beliebigen Stammfunktion, nennen wir sie Groß-G, zu unserem f nur eine Konstante ist. Das heißt, was passiert jetzt, wenn wir diese Rechnung hier nochmal mit einer beliebigen Stammfunktion nachvollziehen? Wir nehmen uns also eine beliebige Stammfunktion Groß-G von i nach r. Dann ist die Differenz Groß-G von d minus Groß-G von c, nach unserer Anmerkung gerade eben, nichts anderes als Groß-F von d plus Alpha minus Groß-F von c plus Alpha. Wenn wir das umsortieren, steht hier also Groß-F von d minus Groß-F von c plus Alpha minus Alpha. Das hebt sich aber gerade weg. Es bleibt also nur Groß-F von d minus Groß-F von c übrig. Und da wissen wir bereits, dass das genau das bestimmte Integral von c bis d, äh von t dt ist. Damit ist es sogar völlig egal, welche Stammfunktion wir nehmen, denn wir haben gezeigt, dass die Differenz zweier Funktionswerte einer Stammfunktion genau dem bestimmten Integral der Ableitung entspricht. Und das Ganze fasst man dann im zweiten Teil des Hauptsatzes zusammen, der wie folgt aussieht. Hauptsatz Teil 2 Sei f von einem Intervall i nach r stetig und Groß-F eine Stammfunktion von f. Dann gilt für alle a, b aus dem Intervall i, dass das bestimmte Integral von a bis b, f von x dx, gleich der Differenz Groß-F von b minus Groß-F von a ist. Das notieren wir auch oft als Groß-F von x mit einem senkrechten Strich unten a, oben b. Dieser Satz reduziert also die Berechnung bestimmter Integrale lediglich auf das Finden von Stammfunktionen, was an sich schon anspruchsvoll genug ist, aber nicht ganz so aufwendig wie die Berechnung des Ober- und Unterintegrals mittels Treppenfunktionen. Und mit Hilfe des Hauptsatzes sind wir jetzt auch in der Lage, die Substitutionsregel und die partielle Integration auf bestimmte Integrale auszuweiten. Schauen wir uns zunächst die Substitutionsregel an. Dafür nehmen wir eine Funktion f von dem Intervall c, d nach r, die stetig ist, und eine Funktion phi von dem Intervall a, b ins Intervall c, d, die stetig differenzierbar ist. Wir wissen noch aus der ersten Woche, dass das unbestimmte Integral, also die Stammfunktion von f nach phi von t mal phi Strich von t, nichts anderes ist als Groß-F nach phi plus einer Konstanten. Aber was passiert jetzt, wenn wir das bestimmte Integral von a bis b, f von phi von t mal phi Strich von t, die t berechnen wollen? Gut, wir kennen eine Stammfunktion, also können wir den Hauptsatz der Differenzial- und Integralrechnung benutzen und wissen dann, dass das nichts anderes ist als f nach phi ausgewertet an b minus f nach phi ausgewertet an der unteren Grenze, also a ist. Wir schreiben jetzt noch die Verkettung anders auf, nämlich f nach phi ist nichts anderes als f von phi von b minus f von phi von a. Aber wir wissen ja auch, dass Groß-F eine Stammfunktion von Klein-F ist. Also sieht das hier aus wie Groß-F ausgewertet an der Stelle phi von b minus Groß-F ausgewertet an der Stelle phi von a und das ist ja nach dem Hauptsatz dann nichts anderes als das Integral von Klein-F von x dx auf dem Intervall phi von a bis phi von b. Und damit haben wir unsere Substitutionsregel für bestimmte Integrale ausgeweitet. Bei der partiellen Integration läuft das Ganze ähnlich. Wir nehmen uns wieder zwei Funktionen, f und g, diesmal beide vom gleichen Intervall i nach r und beide sollen stetig differenzierbar sein. Und wir betrachten die Funktion Groß-F, die hier nichts anderes ist als das Produkt f mal g. Wenn wir jetzt die Ableitung von Groß-F bestimmen, erhalten wir nach der Produktregel also f' mal g plus f mal g'. Wenn wir jetzt davon das bestimmte Integral berechnen wollen, erhalten wir also nichts anderes als das Integral von a bis b Groß-F' von x dx. Das ist aber nach der Gleichheit da oben nichts anderes als das bestimmte Integral von a bis b f' von x g' von x dx plus das bestimmte Integral von a bis b f von x g' von x dx. Bei dem linken Integral können wir allerdings wieder den Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung verwenden, denn wir kennen eine Stammfunktion von Groß-F', nämlich Groß-F. Das heißt, das hier ist nichts anderes als f von b minus f von a oder anders geschrieben auch f von x in den Grenzen a, b und wir wissen, dass Groß-F von x gleich f mal g ist, also ist das hier nichts anderes als f von x g von x in den Grenzen a, b. Wenn wir das Ganze umstellen, erhalten wir also die klassische Formel, nämlich das bestimmte Integral von a bis b f' von x mal g von x dx ist das gleiche wie f von x mal g von x ausgewertet in den Grenzen a und b minus das bestimmte Integral von a bis b f von x mal g' von x dx. Beispiele und interessante Rechnungen mithilfe des Hauptsatzes der Differential- und Integralrechnung, der Substitutionsregel und der Patientenintegration findet ihr wie immer in unseren Beispielvideos.